Melodien sind sein Leben Versuch Gewebeschnitte In Spezialinstituten wurde sein Gehirn in dünne Scheiben zerlegt und unter Mikroskopeln untersucht Dadurch haben wir sein Gehirn sehr genau kennengelernt Sein Großhirn allein weist ca. 14 Millionen Nervenzellen auf deren Leitungsfasern eine Länge von 500.000 Kilometern ausmachen Bei der Untersuchung haben wir festgestellt, dass in ihnen die Töne und Melodien aller Länder der letzten 50 Jahre gespeichert sind Wir befanden Melodien sind sein Leben Sein Herz ein Hohlmuskel In einer rhythmischen Folge von Zusammenziehen, Systole und erschlaffen, Diastole, pumpt sein Herz Blut In der Systole treibt sein Herz Blut aus, in der Diastole füllt es sich wieder Dies geschieht bei ihm mit einer einzigartigen rhythmischen Präzision Das Prüfen seiner Herzfrequenz hat ein unglaubliches Resultat zutage gebracht Sein Puls passt sich exakt der Geschwindigkeit des jeweils zu hörenden Flagers an Kein Wunder Melodien sind sein Leben Wir kamen zu der Erkenntnis Melodien sind sein Leben 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 Vielen Dank.